Glarnersteg begleitet Leben und Arbeiten. Unsere Stiftung für Menschen mit Behinderung betreibt Werkstätten, Tagesstätten und Wohngruppen im ganzen Glarnerland und ermöglicht so die Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. In der Wohngruppe Schwanten und den sechs Außenwohngruppen leben insgesamt 70 Personen. In Schwanten erbringen wir Dienstleistungen in der Wäscherei und im Betriebsunterhalt. In der Werkstatt in Luxingen liefern wir hohe Qualität für Industrie, Gewerbe und Private in den Bereichen Montage, Metallverarbeitung, Wäscherei, Verpackungen jeder Art, Beelings, Hausdienst und Reinigung. In der Werkstatt Hetzingen bieten wir Arbeitsplätze in der Weberei, Näherei, Küche und Teigwarenproduktion an. Die Tagesstätte in Schwanten bietet Kreativateliers, Musizieren und Bewegen sowie verschiedene Arbeitsangebote an. Im Laden in Hetzingen und im Mühli-Bogger in Schwanten bieten wir unsere Eigenprodukte zum Kauf an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Laden oder auf die Begegnungen im Restaurant Mühli. Glarna Steg begleitet Leben und Arbeiten.